Oh je, mit so viel Gegenwind hätte Bad Bunny wohl nicht gerechnet. Dem Rapper, der eigentlich Benito Ocasio heißt, wird seit Wochen eine Liaison mit Kendall Jenner nachgesagt. Sogar einen Abend inklusive romantischem Date und anschließendem Clubbesuch sollen die beiden laut Just Jared verbracht haben. Die eingefleischten Fans des Musikers scheinen von der angeblichen Beziehung allerdings überhaupt nicht viel zu halten. Unter dem einzigen Beitrag von Bad Bunny auf Instagram hagelt es reichlich Kritik. Wegen Kendall. Dabei wollte er sich eigentlich nur bei seinen Fans für ihre Unterstützung bedanken. Ich schreibe nie etwas über Stars, aber Kendall? Bitte Benito, nein! Tu es nicht, Benito! Lass dich nicht in die Fänge der Kardashians treiben! Oder Warum gibst du dich mit diesem Clown Kendall ab? lauten die Kommentare. Vor allem seine spanisch sprechenden Fans lassen kein gutes Haar an der möglichen Romanze mit der Kardashian-Tochter. Ein User schreibt, wie kann dieser Mann, der versucht, ein Symbol gegen Gentrifizierung zu sein und die Latino-Kultur zu repräsentieren, so etwas tun? Sie kritisieren, dass der Künstler seine Werte für Kendall beiseite werfen und seine lateinamerikanischen Fans hintergehen würde. Ob Bad Bunny sich die Worte seiner Fans zu Kendall Jenner noch einmal durch den Kopf gehen lassen wird?